Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Webinar der WIRT Elektronik ISOS. Mein Name ist Eleni Stark und ich übernehme die Anmoderation des heutigen Webinars. Wir freuen uns, dass wir heute so viele Teilnehmer haben, die sich die Zeit genommen haben, um an unserem Webinar teilzunehmen. Unser Thema des Webinars ist heute Einsatz von Magic Power Modulen als flexibel einstellbare Konstantstromquelle für vielfältige Anwendungen. Unser Referent heute ist unser Produktmanager Roland Kratz. Er wird das Praxiswebinar halten und im Anschluss auch Ihre Fragen beantworten. Bevor wir mit dem Webinar starten, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie während des Webinars stumm geschaltet sind. Das bedeutet, Sie können uns mündlich keine Fragen stellen. Dennoch haben Sie über unsere Chatfunktion die Möglichkeit, uns jederzeit während des Webinars Fragen zu stellen. Die Chatfunktion finden Sie im Webinar-Bedienpanel. Das Webinar heute wird etwa 20 bis 25 Minuten lang sein. Die im Chat gestellten Fragen werden wir im Anschluss an das Webinar in einer Frage-Antwort-Runde beantworten. Hierfür haben wir weitere 10 Minuten eingeplant. Wenn wir es innerhalb dieser 10 Minuten nicht schaffen sollten, alle Ihre Fragen zu beantworten, dann werden wir die übrig gebliebenen Fragen im Nachgang per E-Mail beantworten. Sollten nach dem Webinar noch einmal Fragen bei Ihren aufkommen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an isis-webinar-atwe-online.com. Wir bemühen uns dann darum, alle Fragen zeitnah zu beantworten. Nach Beendigung des Webinars werden Sie zur Teilnahme in einer Feedback-Umfrage aufgefordert. Wenn Sie sich dafür die Zeit nehmen könnten, diese auszufüllen, freuen wir uns sehr. Das unterstützt uns dabei, unsere Webinare zu optimieren. Den Link zur Aufzeichnung des heutigen Webinars und auch zur Präsentation senden wir Ihnen ein paar Tage nach dem Webinar in einer separaten E-Mail zu. Außerdem können Sie sich die Aufzeichnung des heutigen Webinars einige Tage später auf unserer Webseite unter dem Navigationspunkt Webinare oder auch auf unserem WIRT Elektronik YouTube-Kanal noch einmal ansehen. Nun übergebe ich an unseren Referenten Roland Kratz und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Willkommen zum Webinar der WIRT Elektronik ISOS. Mein Name ist Roland Kratz. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein Magic Power-Modul, das auf eine konstante Ausgangsspannung regelt, dazu bringt, stattdessen auf einen konstanten Ausgangsstrom zu regeln. Als Basis dient das Referenzdesign der Magic Current Source, das wir im Detail in den kommenden circa 25 Minuten erklären. Wir möchten mit diesem Webinar jedem Ingenieur, der eine Stromquelle benötigt, motivieren, dies auch mit einem Power-Modul zu realisieren. Der Vorteil liegt darin, dass es auf dem Markt sehr viele Schaltregler-Module gibt, die dem Entwickler es sehr einfach machen, eine Spannungsregelung zu realisieren. Stromquellen als einfach zu nutzende und vor allem kleine Module sind demgegenüber sehr spärlich gesät und haben meist nur kleinere Ströme zu bieten. Für dieses Webinar ist es von Vorteil, die grundlegende Funktion eines Operationsverstärkers zu kennen. Man wird jedoch auch ohne dieses Wissen beim späteren Ausprobieren der Schaltung sicherlich seinen Spaß haben. Die Punkte der Agenda. Wir schauen uns die Funktionen der Magic Current Source an. Wir zeigen, warum bei der LED-Ansteuerung und beim Laden von Batterien und Supercaps eine Stromquelle vorzuziehen ist. Die Funktionen der Magic Current Source wird einfach erklärt am Funktionsdiagramm. Detaillierter, vollständiger Einblick in den Schaltplan. Praktische Kompensation der Stromregelung ohne Pol- und Nullstellen und ohne Mathematik. Und wir zeigen zwei weitere Referenzdesigns im Überblick, die ebenfalls als Stromquelle gedacht sind, die jeweils Variationen im Schaltungsdesign aufweisen. Hier sehen wir die Magic Current Source, auf Deutsch Stromquelle, mit unserem LGA16 3A Power-Modul. Anstelle dieses Moduls könnt ihr hier jedes andere Magic Power-Modul auf der Platine sitzen, das einen zusätzlichen oder einen zugänglichen Feedback-Pin hat, um durch die Interaktion mit diesem Pin das Tastverhältnis und damit die Ausgangsspannung zu regeln. Wir sehen hier links die Eingangsspannung von 4 bis 18 Volt, rechts den Ausgangsstrom bis zu 3 Ampere und wir zoomen jetzt mal unten ran an die Funktionen des Boards. Wir sehen links das einstellbare Spannungslimits, also auch die Ladeschlussspannung, die können Sie über Jumper einstellen. Sie sehen die Werte typischer Akkumulatoren von Nickel, Metall, Hydrid, Lithium-Ionen bis hin zur Autobatterie. Wir haben ein internes einstellbares Stromlimit, das eingestellt werden kann. Hier sehen Sie die typischen LED-Spannungen, 350 mA 700, 1,05 Ampere. Ab da geht es üblicherweise nicht mehr in dem 350 mA Rhythmus hoch. Sie können auch ein externes Stromlimit anschließen. Das kann eine Deasy-Spannung von 0 bis 3,3 Volt sein. 3,3 Volt entspricht 3 Ampere oder es kann auch eine PWM-Spannung sein mit 3,3 Volt Spitzenspannung. Die Auswahl, ob Sie das interne Stromlimit oder das externe Stromlimit benutzen, können Sie hier einstellen mit einem Jumper. Eine Stromregelung wird benötigt, um den Arbeitspunkt einer LED zu halten. Durch den Normalbetrieb im Bereich der großen Steilheit der Kennlinie kann man mit einer Stromregelung verhindern, dass der LED-Strom einen bestimmten Wert überschreitet. Man kann zwar mit einem Serienwiderstand zu der LED die Stromänderung, zum Beispiel durch Temperaturänderung kompensieren, jedoch ergibt das bei der Beleuchtungs-LED sehr hohe Verlustleistungen, die nicht mehr Stand der Technik sind. Natürlich kann man auch Akkus und Super-Caps laden. Durch den geregelnden Strom kann man diese und natürlich LEDs innerhalb ihrer Betriebsbedingungen betreiben. Nicht zu vergessen, ändert sich die Last, bleibt der Strom trotzdem konstant. Typische Power-Module regeln auf die Spannung. Wenn ein Power-Modul mit einer Spannungsregelung benutzt wird, wird der Strom lediglich durch die Overcurrent-Production begrenzt. Wird ein solches Power-Modul genutzt, um zum Beispiel Super-Caps zu laden, die sowohl leer als auch fast voll als Kurzschluss für das Power-Modul agieren, wird der Strom lediglich durch die interne Überstrombegrenzung limitiert. Dies ist im Datenblatt des jeweiligen Moduls zu sehen. Hier in unserem Fall sind es maximal 6 Ampere, die fließen können, wenn die Last einen zu kleinen Widerstand hat, wie zum Beispiel ein nicht voller Super-Cap. Wie genau die Überstrombegrenzung funktioniert, kann im Datenblatt nachgelesen werden. Rechts ein Bild aus dem Datenblatt, das zeigt, dass beim Erreichen des Stromlimits in jedem neuen Schaltzyklus die Anzeit des oberen MOSFETs abgebrochen wird, was zu einem kleineren Tastverhältnis führt und demzufolge in einer reduzierten Ausgangsspannung mündet. Hier sehen wir das Funktionsdiagramm der Magic Current Source. Die maximale Ausgangsspannung wird durch den Spannungsteiler R1 und R2 eingestellt. Das ist nichts anderes, als was Sie beim Power-Modul mit Spannungsregelung kennen. Diese Spannung stellt sich ein, wenn keine Last angeschlossen ist. Sie ist außerdem die Ladeschlussspannung. Der Ausgangsstrom wird mit dem Widerstand RS gemessen, das sind in unserem Fall 50 Milliohm. Der Fehlerverstärker stellt den Ausgangsstrom gemäß dem Sollwert ein und wenn eine Last den Widerstand verringert, reduziert der Fehlerverstärker die Ausgangsspannung, um den Strom konstant zu halten. Nun schauen wir uns den Schaltplan im Detail an. So sieht er aus. Wir haben links den Eingang und rechts den Ausgang mit den Stützkondensatoren und den Anschlussmöglichkeiten. Wir haben den Eingangsfilter. Sie sehen sogar noch den Widerstand von 0 Ohm, den man benutzen kann, um die Eingangsozillationen, wenn denn vorhanden, zu dämpfen. Stichwort wäre hier negativer Eingangswiderstand, was aber jetzt nicht Thema dieses Webinars ist. Falsche Richtung. Das Spannungslimit bzw. Ladeschlussspannung kann hier eingestellt werden. Sie sehen auf der Platine die verschiedenen Spannungen, die voreingestellt ist. Sollten Sie eine Spannung benötigen, die hier nicht vorgegeben ist, können Sie das leere Pad unten mit ADJ bezeichnet benutzen, um einen eigenen Widerstand draufzusetzen. Die interne Stromeinstellung können Sie hier einstellen. Das ist auch nichts anderes als ein Spannungsteiler, der den Sollwert vorgibt. Sie sehen hier die verschiedenen Ströme von 350 mA aufwärts bis zu 3 A. Wir haben natürlich auch eine Hilfsspannung, die mit dem Linearregler realisiert ist. Die betreibt fast ausschließlich den Operationsverstärker. Und ganz rechts sehen Sie auch noch, die interne Sollwertgenerierung funktioniert mit dieser Spannung. Das Einstellen des Ausgangsstroms mit PWM oder Gleichspannung können wir hier erledigen. Sie sehen, dass es einfach nur ein Spannungsteilerwiderstand ist, der noch geglättet wird und als Sollwert funktioniert. In diesem Fall stellen wir die Spannung auf 14,4 Volt mit dem Jumper auf der Platine und schauen uns an, wie man ein Power-Modul, also ein Bug-Regulator in dem Falle, wie man die Ausgangsspannung einstellt und diese auch verändern kann. Das Power-Modul regelt in diesem Fall auch die Ausgangsspannung. Wir haben eine Diode im Schaltplan, die sehen wir nachher noch. Die ist im Moment gesperrt, also keine Interaktion mit dem Feedback. Die 0 Volt rechts von der Diode kommen daher, dass in dem Falle jetzt die Stromregelung nicht aktiv ist und der Ausgang vom Operationsverstärker in Richtung 0 Volt ist. Der Feedback regelt das Power-Modul immer auf 0,8 Volt. Durch die 590 Ohm habe ich immer 1,36 mA, die natürlich auch im oberen Spannungsteilerwiderstand fließen. Ich denke, jeder weiß, wie man hier eine Spannung einstellt, auf diese Art und Weise. Jetzt wollen wir natürlich die Spannung mit einer äußeren Regelung reduzieren, wenn der Strom zu groß droht zu werden. Wenn die Regelung eingreift, das sehen wir jetzt hier, rechts die 1,3 Volt kommen vom Operationsverstärker, den wir nachher sehen. Die Diode leitet, sie hat mal angenommen 0,5 Volt als Flussspannung und der Einfachhalter ALBA injizieren wir 360 µA in den Feedback-Schaltknoten. Die Feedback-Spannung bleibt immer bei 0,8 Volt durch die Regelung des Power-Moduls. Die 590 Ohm bleiben immer gleich, also bleiben auch die 1,36 mA immer gleich. Das bedeutet, die zusätzlichen 360 µA zwingen die Regelung des Power-Moduls, die Ausgangsspannung zu reduzieren, dass im oberen Widerstand die 10 Kiloohm nur noch 1 mA fließen. Im Knotenpunkt des Feedback, 1 mA plus 360 µA ergibt die 1,36 mA, die durch den unteren Widerstand fließen. Somit sehen wir, wenn wir einen Strom einbringen in den Feedback-Knoten, können wir die Ausgangsspannung reduzieren. Praktisch geht das sogar bis 0 Volt runter. Also Sie können auch 0 Volt oder 10 mV regeln, obwohl die interne Feedback-Spannung des Power-Moduls in dem Falle bei 0,8 Volt liegt. Im Schaltplan haben wir uns jetzt alles angeschaut, außer der Regelung. Und das ist das eigentliche Interessante, wenn wir eine Konstantstromquelle entwickeln wollen. Der dargestellte Regler, der auch im Schaltplan und auch auf der Platine sitzt, ist ein PI-Regler. Wir haben eine Kapazität C1, die als Hochfrequenz-Kurzschluss genutzt wird. Der Widerstand R1 und R2 bestimmen den P-Anteil der Regelung. Ich habe hier einen Pfeil reingemacht, um anzudeuten, dass wenn ich eine Kompensation mache und sie praktisch mache, dann geht das wesentlich schneller, wenn man R1 und R2 als Potentiometer ausführt, also erstmal 50 Kiloohm oder 100 Kiloohm einsetzt, C2 aus der Erfahrung wählt. In unserem Falle werden wir nachher sehen, sind das ein Nanofarad. Und man kann mit den Potis jetzt einfach aus der Erfahrung heraus R2 und R1 einstellen, um eine maximale Phasenreserve zu erreichen und eine Transient-Response, die perfekt aussieht, zu generieren. Es wird aber gar nicht so schwierig, wie das jetzt aussieht, weil wir reduzieren den PI-Regler jetzt drastisch und machen ihn wesentlich einfacher. C2 und R2 bestimmen den I-Anteil der Regelung. Den brauchen wir auf jeden Fall, sonst können wir nicht auf einen bestimmten genauen Strom Regeln. C4 entkoppelt die Sollwertgenerierung, die ansonsten den PI-Anteil ändert. Diese Kapazität ist sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, rechts davon wäre jetzt der Sollwert mit einem Potentiometer eingestellt oder wie in unserem Fall mit verschiedenen gechamperten Widerständen. Die Widerstände sind bei jedem Operating Point anders vom Wert. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass am Ausgang des Operationsverstärkers eine Änderung geschieht, dann geschieht die Änderung auch am Minuseingang des Operationsverstärkers. Aber am C4 gibt es keine Änderung, sofern die Kapazität groß genug ist. Das ist wichtig. Wäre die Kapazität C4 nicht da, würde der Strom auch über die weitere veränderliche Kapazität fließen und sie würden den Proportionalanteil und den Integralanteil ändern in der Regelung, was zu lokalen Unstabilitäten führen kann. C3 und R3 schützen den nicht invertierenden Eingang des Fehlerverstärkers. Das ist insofern wichtig, wenn Sie bei diesem Referenzdesign eine große Ausgangskapazität hinsetzen, diese auf zum Beispiel 14,4 Volt aufladen, weil Sie keine Last haben und dann einen Kurzschluss machen. Dann fließt ein sehr hoher Strom über die 50 Milliohm, also den Widerstand RS, was dazu führt, dass die Spannung an RS kurzzeitig vielleicht 5, 6, 7 oder 10 Volt sein kann. Ein kurzer Impuls. Der Fehlerverstärker, der Operationsverstärker wird mit 3,3 Volt betrieben. Wenn jetzt der Eingang des Operationsverstärkers zu hohe Spannung abbekommt, geht er natürlich sehr schnell kaputt. Deswegen R3 und C3 als Schutz. Die Diode D1 leitet nur, wenn der Istwert dem Sollwert entspricht. Das heißt für den Regler, der Grenzstrom ist erreicht. Es darf kein höherer Strom mehr fließen. Würde jetzt die Last einen kleineren Widerstand haben und würde jetzt ein höherer Strom fließen wollen, reduziert der Operationsverstärker die Ausgangsspannung des Moduls derart, dass der Strom konstant bleibt. In unserem Fall ist die Feedbackspannung konstant 0,8 Volt. Die Ausgangsspannung des Fehlerverstärkers benötigt hier relativ wenig Hub. Die Stromregelung muss natürlich langsamer sein als die Regelung des Powermoduls, um Mitkopplungen und damit Schwingungen und Oszillationen zu vermeiden. Hauptsächlich aus der Anforderung, dass wir unseren Fehlerverstärker langsam machen müssen, das heißt wir können einen hohen Integralanteil nutzen, können wir Kp auf 0 setzen. Das heißt R1 ist einfach 0 Ohm. Jetzt würden wir sehen, dass C1 genau parallel C2 ist und C1 agierte ja als Hochfrequenz-Kurzschluss. Also typischerweise setze ich hier immer 2 Pico 2 ein, so in dem Bereich, dass es keinen nennenswerten I-Anteil ergibt, aber einfach die HF vom Operationsverstärker fernhält. Der Ist-Wert wird jetzt hier am Nicht-Invertierenden, also am Plus-Eingang aufgegeben und hier ist es jetzt andersherum, als wenn man Regelungen mit dem Bug-Regulator betrachtet. Hier wird vom Bug-Regulator die Noise allerdings vom V-Out-Pin über die LED zum Plus-Eingang des Operationsverstärker geleitet. Hier wäre es natürlich auch angebracht, eine kleine Kapazität rüberzusetzen vom Ausgang zum Plus-Eingang. Aber aufpassen, die Kapazität sollte klein sein, 1 Pico, 2 Pico 2, dass es nicht als nennenswerte Mitkopplung agiert. Weil wenn Sie vom Ausgang auf den positiven Eingang des Operationsverstärkers rückführen, haben Sie eine Mitkopplung. Und die wollen wir in dem Fall natürlich nicht haben. Deswegen, wenn Sie ein 2 Pico 2 reinmachen, ist die Mitkopplung nicht nennenswert. Das heißt, der Operationsverstärker wird das gar nicht mitkriegen. Genauso wie er den Integralanteil durch C1 nicht mitkriegt, weil C2 sehr viel größer ist. Aus diesen Änderungen, die wir jetzt gemacht haben, sehen wir auf dem nächsten Bild, dass wir nur noch einen Integrator übrig haben. Und das ist an und für sich genau die Lösung, die man benötigt, um einen Bug-Regulator, der selbst ja einen Fehlerverstärker intern hat, und dieser Fehlerverstärker im Bug-Regulator ist ja schon kompensiert, allerdings mit einer relativ schnellen Regelung. In der Regel mit einem PI-Regler. Da muss man aber jetzt nichts machen. Man nimmt einfach das Power-Modul, interagiert mit einem Integrator auf den Feedback-Pin. Die Schaltung kann so aussehen, wie wir das jetzt hier auf der rechten Seite sehen. Als Startwert hat sich ein Nano-Farad als recht guter Wert erwiesen. Betreiben Sie das bitte nicht ohne eine Rückkopplung, also ohne den C2, denn dann ist der Fehlerverstärker so schnell, dass er so schnell mit dem Feedback agiert, dass Sie am Ausgang des Power-Moduls Oszillationen haben werden. Die Oszillationen können, müssen nicht, aber können auf den Eingang Einfluss haben. Und wenn Sie am Eingang einen Filter haben mit einer Resonanzfrequenz im Bereich der Bandbreite des eigentlichen Power-Moduls, kann es zur Mitkopplung des Oszillationsstroms führen, was auch zum Zerstören des Power-Moduls führen kann. Also ein Nano-Wert als Startwert ist ein sehr guter Wert. R2, einfach ein 100-Kilo-Ohm-Potti reinmachen und den Wert der maximalen Phasenreserve suchen. Das heißt, dass Sie ein perfektes Rechteck bei einem Lastsprung haben. In diesem Falle sieht man noch eine Schwingung bei steigender und bei fallender Flanke. Wir sehen auch gleich, warum. Bei dieser Messung sind wir auf das Referenzdesign mit einer PWM-Spannung vom Funktionsgenerator gegangen. Der untere Wert an der grünen Kurve sehen wir, das sind 400 mA. Die habe ich deswegen gewählt, dass wir außerhalb des Discontinuous-Modes Power-Moduls sind. Und die 1,7 Ampere sind willkürlich gewählt aufgrund der Restriktionen von der elektronischen Last, die in dem Fall genutzt wurde. Hier sehen wir, dass C3 zusammen mit R3 eine Verzögerung des Ist-Wertes hat. R3 und C3 schützt natürlich den Eingang des Operationsverstärkers. Wenn Sie die Schaltung so aufbauen und dafür sorgen, dass die Kapazitäten so klein sind, dass in Falle eines Kurzschlusses die Spannung an dem Widerstand, an dem Schandwiderstand RS nicht zu groß wird, dass es den Operationsverstärker gefährdet, können Sie auch nur R3 übrig lassen. Das heißt, C3 eliminieren. Sie nutzen dann zwar die ESD-Dioden am Eingang, um den Strom abzuleiten, was jetzt nicht so die ganz saubere Lösung ist, aber es ist eine übliche Lösung. C3 mit R3 verzögert jetzt natürlich den Ist-Wert. Sie können den Graphen, der jetzt noch die Schwingungen hat, natürlich bereinigen, indem er perfekt aussieht, indem Sie die Regelung langsamer machen. Das heißt, statt 1 Nano-Farad zum Beispiel 2 Nano 2 oder 4 Nano 7 einsetzen, dann werden Sie sehen, die Flanken werden etwas flacher und die Schwingungen hören auf. Nur wäre das die letzte Möglichkeit, den Regler langsam zu machen? In dem Fall habe ich die Verzögerung des Ist-Wertes weggenommen und dann sieht das Ganze so aus wie auf dem Bild. Das wäre eine Kurve aus dem Bilderbuch. So könnte man das machen oder so wäre die beste Lösung, wenn man aus einem Power-Modul mit Spannungsregelung eine Stromregelung machen möchte. So. Wir haben noch ähnliche Referenz-Designs, zum Beispiel das 178001. Das ist nahezu identisch aufgebaut mit der Magic Current Source, mit der Nummer 178004 hinten dran. Es ist eine sehr kleine Platine, die ein anderes Modul nimmt, nutzt, aber das gleiche Prinzip verfolgt. Sie sehen, das große Package links ist der Linearregler. Das kleine Package links neben dem großen Modul ist der Operationsverstärker. Und die ganze Platine hat etwa nur 3,5 x 1,8 cm. Sie sehen, an der Seite ist es auch durchmetallisiert, dass man mit dem Lötkolben später besser hinkommt und das anlöten kann. Die Unterseite ist als normales SMD-Bauteil gestaltet. Man könnte die Platine natürlich auch bestücken mit einem Automaten. Wir haben auch noch mit der Nummer 02 endend, aus dem gleichen QFN-Power-Modul, ein komplettes Labornetzteil gebaut. Rechts sehen Sie das Potentiometer, mit dem man den Strom einstellt. Links das Potentiometer, mit dem man die Spannung einstellt. In der Mitte ein Output-On-Off-Schalter, der auf den Enable-Eingang des Power-Moduls geht. Und oben haben wir noch ein paar LEDs, die die Voltage-Regulation aktiv oder fail anzeigen. Und wenn die Current-Regulation, also die Stromregelung aktiv ist, da leuchtet hier eine rote LED. Das Ganze kann man sich anschauen auf unserer Homepage bei elektronische und elektromechanische Komponenten. Im Produktkatalog, da sehen wir unsere Module LED-Treiber und rechts die Referenzdesigns, wo auch die Referenzdesign-Nodes, sowas ähnliches wie Application-Nodes, für diese Referenzdesigns auch runterzuladen sind. Wir haben auch weitere Application-Nodes, zum Thema DC-DC-Converter, natürlich auch viele andere Themen, die Sie auch auf der Homepage finden, unter elektrische und elektromechanische Komponenten und Application-Nodes. Damit sind wir am Ende dieses Seminars. Vielen Dank für das Webinar, Roland. Wir möchten uns nun sehr gerne Ihren Fragen zuwenden und warten dazu noch einen ganz kleinen Moment, bis einige Fragen bei uns reingekommen sind. In der Zwischenzeit möchte ich Sie auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Webinar heute aufgezeichnet wurde und wir in ein paar Tagen in einer Nachfass-E-Mail nochmal den Link zum Webinar versenden werden und gleichzeitig dann auch die Präsentation als PDF von unserem heutigen Webinar. Die werden wir Ihnen dann auch nochmal extra zukommen lassen. Genau. So, nun schauen wir uns die erste Frage an, die reingekommen ist. So, die erste Frage, Roland. Sind diese Angaben und Hilfswerte, welche Sie hier angeben, auch als Download verfügbar, als manuell oder ähnliches? Also ich denke, diese Frage als Download, also wir haben jetzt keine Beschreibung, wie man einen Regelkreis kompensiert. Wir wissen, dass es eine Menge Bücher über dieses Thema gibt, aber wenn man das praktisch durchführen will, findet man sehr wenig. Wenn hier jetzt bestimmte, also Hilfswerte, ich denke mal an die 1 Nano Farad 2 Pico 2, die ich gesagt hatte, das sind Werte aus der Erfahrung. Wenn hier spezielle Fragen bestehen, wäre das ganz gut, wenn Sie sich direkt mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie einen Schaltplan erstellen und nicht wissen, ob er genau funktioniert oder Sie haben etwas ausprobiert, was nicht so funktioniert, wie es sollte. Dann bieten wir natürlich auch Services an, wie dass wir über Ihr Layout schauen, über Ihren Schaltplan mal drüber schauen. Und wenn es jetzt im speziellen Fall um die Kompensation geht, können wir da auch mit Rat und Tat beistehen. Das geht aber natürlich nur, wenn wir konkrete Fragen haben. Also mein Regler schwingt, die Kurven, also die Oszilloskop-Screenshots sehen so und so aus. Was können wir machen? Im schlimmsten Falle könnten Sie auch die Platine direkt mal zu uns schicken und wir schauen drüber. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die E-Mail-Adresse, die Sie jetzt hier sehen, powermoduls.we-online.de Da erhalten Sie auch Kontakt zum Kundensupport, wo wir diverse Services anbieten. Wenn Sie jetzt genau diese Frage, die ich jetzt nicht so ganz greifen kann, aber ich denke, wenn da konkrete Sachen gefragt werden, powermoduls.we-online.de ist der beste Weg. Vielen Dank, Roland. Wir schauen uns die nächste Frage an, die reingekommen ist. Und zwar wäre das, welcher OP wäre passend? Reicht ein TLE 2141 aus bezüglich Offset etc.? Ich kenne ein TLE jetzt nicht speziell, aber es kommt darauf an, was für Anforderungen Sie haben. Wir haben in unserem Referenzdesign jetzt den LM258, das ist ein Doppel-OP, genutzt. Sie sehen im Schaltplan, dass ein Operationsverstärker stillgelegt ist, das heißt, an einer definierten Spannung am Eingang angeschlossen wird und als Impedanzwandler fugiert, damit er nicht den anderen OP in dem Package stört. In dem Falle, wenn Sie jetzt wie in diesem Referenzdesign 350 mA bis 3 mA haben möchten, dann reicht ein LM258 überhaupt kein Thema. Der LM258 hat jetzt mehrere Millivolt Input-Offset und er hat natürlich auch eine Input-Offset-Drift. Die reicht hier vollkommen aus. Wenn Sie aber jetzt kleine Ströme mit diesem Referenzdesign regeln wollen, haben Sie 50 mA, bei 3 Ampere wären das 150 mA. Sie können sich jetzt ausrechnen, wie wenige Milliohms oder Mikroohms jetzt die einzelnen Milliampers wären, dann wäre ein LM258 nicht mehr passend. In dem Falle brauchen wir einen Zero-Drift-OP, der eine Input-Offset-Drift von einigen Mikrovolt hat und auch eine Temperatur trifft, die dazu passt. Das wäre die eine Möglichkeit. Man muss das Ganze aber in der Gesamtapplikation sehen. Wenn Sie jetzt nur 10, 20, 30 mA regeln wollen, dann geht das aber trotzdem mit dem LM258 mit einem Riesen-Offset mit mehreren Millivolts. Sie müssten nur den Shunt-Widerstand drastisch vergrößern, also zum Beispiel 1 Ohm, 2 Ohm, 3 Ohm. dann würde das auch wieder gehen. Also es kommt immer auf die Präzision an, die man braucht und dann wählt man den richtigen OP aus. Also wenn Sie so eine Schaltung planen, können Sie uns natürlich auch direkt fragen, ob der eine oder andere OP passt. Dann schauen wir durch die Datenblätter, in diesem Fall von dem TLE. Vielen Dank, Roland, für die Beantwortung der Frage. Der Teilnehmer hat jetzt gerade noch mal was dazu geschrieben. Da möchten wir auch gerne drauf eingehen. Interessant wäre es als Stromregelung für 4 bis 20 mA. Das funktioniert mit einem TLE 2141 sehr gut. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, wenn der Kunde das schreibt, dann weiß er das ja eigentlich schon, dass das sehr gut funktioniert. Also ich sehe jetzt, dass der Kunde wohl aus der Sensortechnik kommt, weil 4 bis 20 mA sind da sehr gebräuchlich. Dazu habe ich jetzt auch sehr viele Schaltungen schon gemacht. Also Kalibrator entwickelt gerade dafür und für 4 bis 20 mA. Es kommt, wie gesagt, auch wieder auf die Gesamtschaltung an, weil man kann 4 bis 20 mA natürlich auch mit dem LM258 machen. Da muss natürlich der Rest der Schaltung dazu passen. Aber ja, generell, je kleiner der Input-Offset, umso präziser kann man natürlich auch eine Stromregelung machen, auch was die Temperatur der Regelung betrifft. Gut, wir schauen jetzt nochmal in die Fragen rein. Aktuell haben wir keine weiteren Fragen. Dann beenden wir das Webinar an der Stelle, bedanken uns nochmal vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen wir sehen Sie und hören Sie vielleicht Sie uns beim nächsten Webinar wieder und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören! dann beenden Sie Dann beenden Sie noch einen schönen Tag. Dann beenden Sie noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020